Ihr lehrt an einer Hochschule und wollt ein etwas anderes Abschlussprojekt mit euren Studierenden machen? Ihr sucht neue, kreative Ideen und Lösungen für bestehende Herausforderungen an eurer Hochschule oder in eurer Firma? Dann wäre ein Hackathon genau das Richtige für euch. Wie man einen Hackathon organisiert und worauf dabei zu achten ist, lernt ihr im MOOC How to Hackathon auf imoox.at. Wir zeigen euch auch praktische Beispiele aus unserem eigenen Hackathon zum Thema digitale Barrierefreiheit. Schreibt euch also gleich in den Kurs ein.